Kopfkilo bei Hörmalzu. Danke für Dein Like. Gisela Trove, Siegfried Schürenberg. Angst, ein Gruselkrimi von 1959. Danke für Dein Like. Das ist Eichengrund. Ein Landsitz, den ich für die Sommermonate gemietet habe. Ich bin Schriftstellerin und habe schon viele Kriminalromane und Gruselgeschichten geschrieben. Aber was ich in diesem Hause erleben sollte, war unwahrscheinlicher als alles, was ich je veröffentlicht habe. Ich hatte mein Hauspersonal aus der Stadt mitgebracht und meine Hausdamme Lizzie Ellen, die seit fast 20 Jahren bei mir ist. Miss Cornelia, ist der Wagen da? Ja, er steht vor der Tür. Miss Cornelia. Mhm. Miss Cornelia, das Personal, das wir aus der Stadtwohnung mitgebracht haben, will uns verlassen. Wirklich? Ich weiß, dass es den Leuten hier nicht gefällt, aber das gibt sich bestimmt. Sie haben die Geschichte über den Mörder gehört, der von der Polizei und der Bevölkerung das Biest genannt wird und über die Morde, die er im vergangenen Winter hier begangen hat. Sie sagen, er wäre wieder da. Darum wollen Sie weg. Woher wollen die Leute das wissen? Ist wieder jemand ermordet worden? Nein, noch nicht, aber das kann schließlich jeden Tag passieren. Und noch etwas. Es soll hier furchtbar viele Fledermäuse geben, Miss Cornelia, und zwar besonders gefährliche. Ja, ja, Lizzie. Sie müssen sich den Artikel mal ansehen. Ein Bericht vom Staatlichen Gesundheitsamt. Es heißt darin, dass einige Tiere die Tollwut haben. Nun ja. Aha, das ist aber noch nicht alles. Es geht das Bericht um, dass der Mörder und die Fledermäuse was miteinander zu tun haben. Und dass die Fledermäuse von der Mörder mit Tollwut Geimpften hier ausgesetzt wurden. Ach, das ist doch lächerlich. Wie Sie meinen, die Wirtschafterin, die Köchin, der Butler und das Zimmermädchen sind aber anderer Meinung, Miss Cornelia. Dann kann man Ihnen nicht helfen. Wenn Sie sich durch diesen lächerlichen Unsinn aus einer guten Stellung vertreiben lassen, kann ich nichts machen. Ich werde Ihnen nicht nachlaufen. Miss Van Gorder. Wie geht's, Mr. Bailey? Danke, und Ihnen? Mir geht's immer gut. Danke vielmals. Ich glaube, Sie kennen Miss Anne. Natürlich. Guten Tag, Mr. Bailey. Sie verbringen den Sommer wieder hier? Ja, ganz recht. Ich habe den Eichengrund gemietet. Er gehört ja Ihrem Bankpräsidenten, Joan Flemming. Ja, ich weiß. Es hat mich sehr überrascht. Wieso, Mr. Bailey? Glauben Sie etwa auch an... Nein, nein, Miss Anne. Ich war überrascht, weil Mr. Flemming sagt, er würde es nie vermieten. So. Ich habe es von seinem Neffen, Mark Flemming, dem Grundstücksmakler, gemietet. Er sagte, sein Onkel wäre für längere Zeit verreist. Das stimmt auch. Mr. Flemming ist im Norden auf der Jagd. Und zwar mit einem Arzt, Dr. Wells. Verzeihung, Madam. Dale? Dale? Darf ich Ihnen meine Frau vorstellen? Wir haben Weihnachten geheiratet. Hübsches Weihnachtsgeschenk. Das kann man wohl sagen. Hier ist sie. Meine Frau, Miss Van Gorder, Miss Anne. Oh, freut mich. Sehr freut, Mrs. Flemming. Wie reizend. Sie sind Cornelia Van Gorder? Ja. Ach, ich habe alle Kriminalromane von Ihnen verschlungen. Und wissen Sie auch, welcher Roman mir am besten gefallen hat, Miss Van Gorder? Das Totenhaus von Dr. X. Ich war drei Wochen krank danach. Ein schreckliches Buch. Ich finde, wissen Sie, dass Miss Cornelia zu viele Borde begangen hat. Aber es war mein spannendstes Buch und Sie sind der beste Beweis dafür. Entschuldigen Sie bitte, Mr. Bailey. Mr. Hines sucht Sie. Ich komme. Entschuldigen Sie mich bitte. Ich hoffe, es dauert nicht lange. Natürlich, Mr. Bailey. Sie sind also die glückliche Braut. Ach, jetzt nicht mehr. Seit Weihnachten nicht mehr. Ich habe Sie schon mal irgendwo gesehen. Ich war ja lange die Mitarbeiterin meines Mannes hier in der Bahn. Richtig, jetzt erinnere ich mich. Darf man die berühmteste Besucherin von Sinus willkommen heißen? Die Begrüßung ist zwar sehr charmant, aber... Das ist Kommissar Anderson. Kommissar Anderson, natürlich. Mr. Anderson ist der Chef bei der hiesigen Kriminalpolizei. So, das ist Miss Allen. Miss Allen? Guten Tag, Herr Kommissar. Kommissar Anderson ist bei der Bevölkerung sehr angesehen. Und er sitzt auch im Aufsichtsrat der Bank. Welche Ehre für einen kleinen Polizisten. Ich nehme an, es wird seinen Grund haben. Ja, ich habe etwas gespart, wenn Sie das meinen. Die Bank wird gleich schließen. Und ich muss unbedingt noch was im Safe erledigen. Vielleicht besuchen Sie uns mal, Mrs. Bailey. Danke sehr gerne. Oh, sehr, Herr Kommissar. Danke. Auf Wiedersehen. Ich freue mich sehr. Was für eine charmante Frau. Sie wohnt seit ein paar Tagen im Eichengrund. Das ist die richtige Umgebung für eine Kriminalschriftstellerin. Das kann man wohl sagen. Indy, wir haben Ärger. Wendell Heinz war eben hier und wollte für 350.000 Dollar Wertpapiere holen, die wir als Deckung für ein Darlehen bekommen hatten. Sie waren in unserem Spezial-Safe. Mr. Flemming und ich sind die einzigen Direktoren der Bank, die Zutritt zu diesem Safe haben. Und nun? Heinz' Papiere sind weg. Und nicht nur seine. Auch andere Wertpapiere sind noch verschwunden. Soweit ich nur einer flüchtigen Überprüfung feststellen konnte, sind der Bank Papiere im Wert von mehr als einer Million Dollar abhandengekommen. Na, und was sagt Mr. Flemming? Ich habe noch nicht mit ihm gesprochen. Unglücklicherweise sind er und Dr. Welsow im Norden auf der Jagd. Und in seinem Jagdhaus gibt es kein Telefon. Ich dachte, es wäre jemand vom See heraufgekommen. Es hätte ja unser Träger sein können. Sam kommt nicht vor morgen. Bis zum nächsten Dorf muss er immerhin 20 Meilen zurücklegen. Ich wette 10 Dollar, dass Sam eine wichtige Nachricht für mich mitbringt. Ich dachte, Sie wollten von der Bank nichts hören. Will ich auch nicht. Trotzdem werden Sie schreiben. Doktor? Ja, John? Was würden Sie für eine halbe Million tun? Alles, nur nicht morden. Warum nicht? Zu schmutzig. Zu riskant, meinen Sie? Für eine halbe Million, ja. Ich habe eine Million aus der Bank genommen. Ich habe es unterschlagen. Im Ernst, Doktor. Dass Sie das Geld unterschlagen haben, glaube ich, aber Sie kommen nicht weiter mit. Und warum nicht? Ich bin doch weit genug. Ich habe Wertpapiere genommen, die leicht verkäuflich waren, verstehen Sie? Ich habe sie zu Bargeld gemacht. Lauter Zehner, Zwanziger und Hunderter. Ich bin Ihr Ast und nicht Ihr Anwalt. Warum erzählen Sie mir das? Wen wird man verdächtigen? Bailey, den Kassierer. Niemand kommt auf mich. Ich mag Bailey. Ich ebenfalls. Darum habe ich ihn ja befördert. Er hat eine zauberhafte Frau. Ja, sehr charmant. Ich bin bei ihm Trauzeuge gewesen. Wo ist die Million? In der Grabstätte meiner Familie. Unter dem Saat meines Großvaters. Sie vergessen, dass ich Sie behandelt habe, als Sie so schwer krank waren. Sie haben im Fieber gesprochen. Und faselten immer von einem geheimen Zimmer. Wo könnte es dieses Zimmer sonst geben, als in dem Palast, den Sie sich gebaut haben? Diesen verrückten Schloss, das Sie Eichengrund nennen. Jeder weiß, dass ich herzkrank bin. Niemand fände es absonderlich, wenn Sie telegrafieren würden, dass mein Herz ausgesetzt hätte und ich von einem hohen Felsen runtergestürzt wäre und durch den Fall übel zugerichtet worden sei. Dann müssen Sie die Leiche zum Begräbnis überführen lassen und dafür sorgen, dass man den Sarg wegen des Zustandes der Leiche in Sines nicht öffnet. Dazu brauchen wir eine Leiche und müssen uns mit einem hiesigen Beerdigungsinstitut in Verbindung setzen, das uns die Begleitpapiere ausstellt und sämtliche Formalitäten erledigt. Selbstverständlich. Und wo nehmen wir die Leiche her? Wir müssen jemanden sterben lassen, Doktor. Ich habe da an Sam gedacht. An Sam, unseren Träger? Sam hat meine Figur und Größe. Er führt ein Einsiedlerleben. Man würde ihn erst nach vielen Wochen vermissen. Die Leute vom Institut erkennen ihn bestimmt. Er muss eben so aussehen, als hätte er einen sehr schweren Unfall gehabt. Wenn der Verdacht in Ihrer Bank auf Bailey fällt, haben Sie doch nichts zu befürchten. Die Schworenen können ihn freibrechen. Dann komme nur noch ich als Täter in Frage. Ich könnte selbstverständlich verschwinden. Aber es ist besser, Sie halten mich für tot. Und wenn ich nicht mitmache? Das wäre sehr bedauerlich für Sie. Dann wollen Sie mich umbringen. Ich wäre dazu gezwungen, nachdem Sie von der Million wissen. Ich würde sagen, es war ein Jagdunfall. Also seien Sie vernünftig, Doktor. Wenn Sie jemand anderes wissen, als den guten Sam, das ist mir egal. Es geht um eine halbe Million. Ich werde es mir überlegen. Wo kommt der Rauch her? Von draußen. Es brennt irgendwas. Um Himmels fliehen, Doktor. Der Wald brennt. Der Wind treibt das Feuer genau hierher. Wir müssen schleunigst machen, dass wir wegkommen. Warum so eilig? Sie sagten doch, wir müssen eine Leiche haben. Erinnern Sie sich nicht mehr? Das ist ja schrecklich. Lizzie, sind Sie es? Ja, Miss Cornelia. Das Gewitter kommt immer näher. Wir müssen auf das Allerschlimmste gefasst sein. Der Wind hat mir glatt die Tür aus der Hand gerissen. Irgendwo ist ein Fenster offen gelassen worden. Das gibt Durchzug. Heben Sie mir bitte die Karten auf. Entschuldigen Sie bitte. Wie ich sehe, haben Sie die Zeitung gefunden? Ja, ich habe sie. Sie lag im Vorgarten. Der Bursche, der sie bringt, wird sie einfach im Vorbeifahren von seinem Fahrrad runter und dann bleibt sie eben im Gebüsch liegen. Was lese ich da? Mr. Victor Bailey ist verhaftet worden? Ach. Victor Bailey, Vizepräsident und Kassierer der Szenesbank, wurde von der Polizei festgenommen. Im Safe der Bank fehlen Papiere im Wert von einer Million Dollar. Das ist doch vollkommen absurd. Victor Bailey macht so etwas nicht. Oh, sieh da, unser Hausherr ist zurückgekommen, Lizzie. Unser Hausherr? Ja, Mr. John Fleming. So. Dr. Malcolm Ways ist wieder zurückgekehrt, und zwar mit dem Leichnam John Flemings von der Szenesbank, der bei einem Walzbrand den Tod fand. Mr. Fleming wird am Freitag früh in seiner Familienkruft beigesetzt. Hoffentlich bleibt er auch dort. Warum sollte er nicht? Weil dies sein Haus ist. Und seit er tot ist, sind hier eine ganze Reihe merkwürdiger Dinge passiert. Was denn? Die Wirtschaftlerin, die Köchin und der Butler sahen, sie haben dauernd in der Nacht eigenartige Geräusche gehört. Und das Zimmermädchen hat hoch und heilig geschworen, dass ihr auf der Hintertreppe einem Mann mit völlig verbranntem Gesicht begegnet wäre. Ah, jetzt weiß ich, warum die verflixte Bande ohne einem was zu sagen einfach auf und davonläuft. Die Leute sind zu ängstlich, Miss Corny. Die haben einfach nicht den Mut gehabt, noch länger zu bleiben. Aber Sie waren doch auch hier, Lizzie. Haben Sie irgendetwas gesehen? Nein. Und wenn ich auch etwas gesehen hätte? Ich fürchte mich nicht vor Geistern. Die fürchten sich eher vor mir. Ich schwöre es Ihnen, Miss Corny. Eine Wahrsagerin hat einmal zu mir gesagt, Geister hätten Angst vor mir. Oh. Aber dieses Biest, von dem Sie jetzt so viel in den Zeitungen schreiben, ich fürchte, vor dem hätte ich doch ein klein wenig Angst. Ich glaube, der Kerl würde sich auch vor dir fürchten. Meine Güte. Ja. Wollen die denn alle Leute, die hier ihre Sommerferien verbringen, mit Gewalt aus dem Lande treiben? Was schreibt man denn schon wieder über das Biest? Das Biest scheint in der Hauptsache Frauen umzubringen. Vergangene Nacht hat er schon wieder zwei umgebracht. Alle seine Opfer hat er auf die gleiche Art ermordet. Ihr Hals sieht aus, als ob er mit scharfen Krallen aufgerissen worden wäre. Wirklich. Darauf wäre ich nicht gekommen. Das werde ich auch einmal machen. Das war auch nur der Wind. Irgendwo ist sicher eine Tür aufgesprungen. Hören Sie sich das an. Eins von seinen Opfern, das noch wenige Augenblicke legte, nachdem es gefunden worden war, beschrieb das Biest als ein menschliches Wesen, dem das Gesicht fehlt. Wissen Sie, Miss Corny, die Frau muss bestimmt übertrieben haben. Natürlich. Das ist sicher der große Gobelin, der oben auf der Treppe hängt, Miss Cornelia. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich habe das bei starkem Wind schon öfter gehört. Aber jetzt hört es sich an, als ob jemand auf den Treppe fährt. Sind Sie auch der Meinung? Oder täusche ich mich? Sie täuschen sich. In stürmischen Nächten hört man in jedem alten Gebäude so unheimliche Geräusche. Hier steht übrigens, das Biest hinterlässt niemals Fingerabdrücke. Keine Fingerabdrücke? Na ja, wenn es kein Gesicht hat, wird es auch keine Hände haben. Lizzie! Und das nehme ich an, war die Katze, die ihr Gebiss verloren hat. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich werde mal nachsehen. Wer mag denn den da runtergeworfen haben? Ich hoffe, es war der Wind. Da oben muss irgendwo ein Fenster offen sein. Nein, Lizzie! Lass ihn doch liegen! Er soll sich mal ausschlafen. Ich hoffe, dass die Stromleitung nicht reißt. So sitzen wir hier auch noch im Dunkeln. Jetzt sehen wir noch, ob die Fenster im Wohnzimmer gut verschlossen und die Vorhänge zu sind. Und dann gehen wir zu beden. Ja, Madame. Aber Lizzie! Was ist denn los? Warum schreien Sie denn so? Was war denn? Ich habe Schuld, Miss Corny. Als ich vorhin die Zeitung hereinholte, habe ich vergessen, die Tür zuzuschließen. Er ist draußen, Miss Corny, und mein Haar hätte sie erwischt. Er hat schreckliche Klauen. Zum Glück haben Sie ihn ja gesehen, Lizzie, und die Tür früh genug zugeschlagen. Gehen Sie schon rauf, und ich rufe die Polizei an. Dann komme ich mit. Ich verlasse Sie nicht mehr, Miss Corny. Ist Ihnen nicht gut? Doch, doch. Mir fehlt nichts mehr. Es war nur Schreck. Kommen Sie. Geben Sie mir sofort die Polizei. Polizei Brasilium? Hier Cornelia Van Gorda. Ich wohne im Eichengrund. Ja, ich weiß, Miss Van Gorda. Vor wenigen Augenblicken hat jemand versucht, hier ins Haus einzudringen und uns zu überfallen. Sind Sie allein im Hause? Sie haben doch Personal, nicht wahr? Ich habe kein Personal mehr, außer meinem Chauffeur. Aber der hat bis morgen früh Urlaub. Ich bin ganz allein mit Miss Ellen. Wir schließen uns beide in meinem Schlafzimmer ein. Und hören Sie, wenn einer von Ihren Beamten irgendetwas sieht, bitte rufen Sie mich sofort an. In Ordnung, Madame. Ich schicke sofort jemanden rüber. Gut, danke vielmals. Kommen Sie, Lizzie. Wir schlafen zusammen in meinem Zimmer. Das Oberlicht hat keinen Riegel. Was machen wir da? Was wollen Sie denn damit bezwecken? Das soll eine Alarmanlage werden, meine Liebe. Wenn jemand versucht, das Oberlicht zu öffnen, wird das umgeworfen. Und das wird uns aufwecken. Ach, wie ärgerlich. Ich habe mein Nachtzeug vergessen. Auch den Morgenrug und meine Hausschuhe. Ich komme gleich wieder zurück. Warten Sie einen Augenblick, Lizzie. Ich werde mit Ihnen kommen. Vielen Dank. Bemühen Sie sich nicht, Miss Corny. Ich habe es ja nicht frei, bis zu meinem Zimmer. Das ist egal. Ich komme mit. Keine Sorge, es dauert nur zwei Sekunden. Rück, Tür zu. Ja? Miss Van Gordel? Ja. Polizeipräsidium. Wir haben einen Funkstreifenwagen zu Ihrem Haus geschickt. Die Beamten melden, dass auf Ihrem Grundstück nichts Verdächtiges wahrzunehmen ist. Der Mann ist gerade jetzt ins Haus eingedrungen. Er steht auf dem Flur vor meinem Schlafzimmer. Ihre Beamten sollen sofort die Hintertür öffnen. Sie müssen uns aus dieser furchtbaren Lage befreien. Okay, Madame. Verlieren Sie nicht die Nerven. Haben Sie keine Sorge. Ich habe einen Revolver. Miss Cornelia! Miss Cornelia! Was ist denn los? Das Biest! Unsinn, Lissi. Du hattest einen Albtraum. Ich habe nicht geträumt. Es war eine Plenum aus hier. Sie hat mich geblieben. Was sagst du? Drüben in die Schrank ist hier reingeflogen. Großer Gott, Lissi. Tatsächlich, Sie haben recht. Warten Sie. Ruhig, Lissi. Vermittlung? Vermittlung? Bitte geben Sie mir die Praxis von Dr. Malcolm Wells. Aber sofort. Die Nummer bitte. Ich weiß die Nummer nicht. Ich habe kein Telefonbuch. Verbinden Sie mich doch mit ihm. Es geht um Leben und Tod. Jetzt werde ich die Tollwut bekommen und daran sterben. Hallo. Hallo. Ist Dr. Wells zu sprechen? Hier ist der Auftragsdienst. Dr. Wells ist nicht zu Hause. Bitte geben Sie mir Ihre Nummer. Ich werde versuchen, ihn zu erreichen. Sagen Sie, Miss Van Gorda hat angerufen. Meine Hausdame ist von einer Fledermaus gebissen worden und wir fürchten, dass sie die Tollwut bekommen wird. Dr. Wells muss Sie unbedingt sofort behandeln. Ich werde versuchen, Dr. Wells zu finden. Wenn nicht, schicke ich Ihnen einen anderen Arzt zu melden. Gut, aber beeilen Sie sich bitte. Er ist zu einem Kranken. Hoffentlich ist das keine Entbindung. Ein Baby bekommen kann auch sehr kompliziert sein. Kommen Sie herein, Dr. Guten Abend. Ich bin so froh, dass man Sie gefunden hat, Dr. Ich bin kurz nach Ihrem Anruf zurückgekommen. Wie geht es der Patientin? Hat Sie starken Schmerzen? Nein, bis jetzt noch nicht. Und wissen Sie, wo die Fledermaus ist? Ich bin nicht sicher, aber ich glaube, sie ist noch in meinem Schlafzimmer. Es wäre gut, wenn ich Sie untersuchen könnte. Ich hoffe, jetzt fühlen Sie sich etwas besser. Doktor, bitte sagen Sie mir die Wahrheit. Das wird erst möglich sein, wenn ich das Gehirn des Tieres unter dem Mikroskop habe. Was? Gehirne haben die auch, Doktor? Na und ob? Wo ist das Tierchen? Lizzie sagt, es wäre da in den Schrank geflogen. Aha. Ich würde das Haus nicht gemietet haben, Miss Vengorda. Weshalb nicht? Ich möchte Sie nicht unnötig beunruhigen. Nach heute Nacht kann mich nichts mehr beunruhigen. Ich kann Sie nachfühlen. Es muss fürchterlich gewesen sein. Hier haben sich schon sehr viele geheimnisvolle Dinge abgespielt. Das Gebäude muss irgendwas an sich haben. Ihr Personal hat das anscheinend gespürt. Manche Menschen haben ein Gefühl dafür. Aber ich will Sie nicht langweilen. Aha. Da sitzt ja der Übeltäter. Na, da komm mal her, mein Kerlchen. So siehst du ruhig. Was ist denn? Ich tu dir ja gar nichts. Das Tier sieht aber gar nicht aus, als ob es die Tollwut hätte. So, sieht es nicht so aus. Ich habe mir schon Sorgen um das arme Tier gemacht. Ach, sind Sie tierlieb. Dem Aussehen nach würde ich sagen, das Tier hat noch keine Infektion. In dem Fall hätten Sie wirklich außerordentliches Glück gehabt. Wenn Sie eine von diesen Tabletten genommen haben, garantiere ich Ihnen eine ruhige Nacht. Morgen sehen wir weiter. Vielen Dank für Ihre Bemühungen, Doktor. Bemühen Sie sich nicht, ich bin mir selbst zur Tür. Das weiß ich, aber ich bringe Sie trotzdem raus. Vergessen Sie nicht. Wenn Sie mich zur Tür gebracht haben, müssen Sie die Treppen allein wieder hinauf gehen. Oh, so ängstlich bin ich nicht. Außerdem habe ich eine Waffe. Können Sie damit auch einen Schuss abgeben, ohne vor Schreck die Augen zuzumachen? Doktor, in jedem Buch, das ich geschrieben habe, kommen Revolver vor. Ich schreibe nie über etwas, was ich nicht kenne. Schließ die Tür, Lizzie. Ja, mein Herr. Guten Abend, Doktor. Ist er verletzt? Nein, der Wind hat ihn umgeworfen. Aha. Wie ich hoffe. So. Wussten Sie übrigens, dass Mark Flemming Ihnen dieses Haus ohne Wissen seines Onkels vermiedet hat? Nein, das ist mir neu. Ist ja jetzt auch unwichtig. John Flemming ist tot und Mark erbt ja alles. Aber wenn der alte Flemming noch lebte, würde er Ihnen bestimmt raten, das Haus zu verlassen. Wirklich? Ja. Das Maklergeschäft scheint zu blühen. Aha. Neues Büro, neue Möbel. Wie gefällt Ihnen der Laden? Ah, Sie haben nicht gespart, wie ich sehe. Sie legen wohl Ihr geerbtes Geld an. Haha, dazu müsste ich es erst haben. Die Presse schreibt, Sie hätten das gesamte Vermögen Ihres Onkels geerbt. Ich weiß, aber leider ist dieses gesamte Vermögen nirgendwo zu finden. Soll das ein Witz sein? Leider nicht. Mein Onkel hatte auf seinem Bankkonto nur ein paar hundert Dollar. Sein Wertpapier ist safe, weil leer. Wenn wir die fehlende Million nicht wiederfinden, ist meins auch leer. Wieso? All meine Ersparnisse waren in Aktien der Bank angelegt. Kein Wirtschaftsprüfer wird es wagen, der Bank ihre Zahlungsfähigkeit zu bestätigen, bevor wir den Fall aufgeklärt und die gestohlenen Wertpapiere wieder beschafft haben. Für den Team war es leicht, die Papiere in Geld zu verwandeln. Wenn wir die Million nicht finden, bin ich ein armer Mann. Wo wollen Sie die finden, endlich? Wir haben Sines. Sines, glauben Sie, Ihr Onkel würde eine Million auf die Jagd mitschleppen? Sie verdächtigen meinen Onkel John? Aber Andy, er war doch der Gründer dieser Bank. Das wäre ja das Gleiche, als wenn er das Familiengrab ausgeraubt hätte. Können Sie für ihn bürgen? Naja, übrigens, man hat doch Baileys Fingerabdrücke gefunden. Jeder Griff in der Starkammer ist voll davon. Er hat sie eben abgewischt. Kann das auch bewiesen werden? Ich glaube schon. Warum? Judy Hollander, Baileys Sekretärin, ist eine wichtige Zeugin. Der Anwalt Baileys verspricht sich von ihrem Auftreten vor Gericht sehr viel. Na nun, Sie haben ja neues Personal, Miss Van Goghler. Ja, natürlich. Die wussten wohl auch nicht, was dies für ein Haus ist. Jim Patterson, meine Wirtschaftlerin, kennt das Haus besser als Sie, Doktor. Sie war schon bei John Fleming. Und Warner ist bis jetzt mein Chauffeur gewesen. Der Chauffeur als Bartler. Ja, es ist unglaublich. Aber er ist wirklich für alles zu gebrauchen. Haben Sie einen Klempner aufgetrieben, Warner? Nein, Madame, Sie haben alle keine Zeit. Frühestens in drei Tagen. Was machen wir denn da, Warner? Das Rohr muss unbedingt abgedichtet werden. Madame, das Rohr ist schon dicht. Wieso? Hat das Rohr von selbst zu Tropfen aufgehört? Nein, Madame, ich habe die defekte Stelle des Rohres zugelötet. Zugelötet? Sie? Ja, haben Sie denn sowas gelernt? Als Chauffeur und Bartler gehört es zu meiner Pflicht, mir im Notfall selbst helfen zu können. Kann ich noch irgendetwas für Sie tun, Miss Van Goghler? Nein, im Augenblick nicht, Warner. Sehr wohl, Madame. Na, was sagen Sie jetzt, Doktor? Wie lange war er vorher bei Ihnen, Chauffeur? Etwa drei Monate. Hoffentlich ist er nicht vorbestraft. Meine liebe Dale, es wird Sie interessieren zu erfahren, dass John Fleming mir kurz vor seinem Tod gesagt hat, dass er Ihren Garten wie einen Sohn liebte. Wenn Fleming noch am Leben wäre, würde er bestimmt beschwören, dass Victor unschuldig ist. Könnte Fleming auch seine Unschuld beschwören? Bis wenn Gorder, kann man denn daran zweifeln? Ich glaube, Doktor Wells, wenn Miss Holländer ausgesagt hat, wird auch das Gericht daran zweifeln. Oh. Sie wissen nicht, was das Mr. Fleming belastet, Judy? Ich habe eine sehr wichtige Beobachtung gemacht, Doktor Wells. Aber der Richter hat ihr verboten, darüber zu sprechen. Ich habe auch nicht die Absicht, danach zu fragen, Dale. Aber lassen Sie uns doch einmal annehmen, dass Fleming die Million wirklich entwendet hat. Was könnte er damit gemacht haben? Jeder Mensch, der was gestohlen hat, wird zunächst versuchen, es zu verstecken. Wenn ich Fleming wäre oder über den Fall einen Roman schreiben würde, wüsste ich kein besseres Versteck als dieses Geisterhaus. Irgendwo unter dem Fußboden oder in einem alten Kamin. Wenn Mr. Fleming wirklich die Million beiseite gebracht hat, würde er es bestimmt vorbereitet haben und hatte von Anfang an ein Versteck dafür. Warten Sie mal. Mir kommt da ein Gedanke. Ich habe das Haus von seinem Neffen Mark Fleming gemietet. Ob er nicht irgendwelche Baupläne besitzt? Ich kann ihn ja mal fragen. Ja, Lizzie, bringen Sie bitte Mrs. Bailey das Telefon. Rufen Sie ihn doch gleich mal an. Seine Nummer ist Summit 7537. Danke sehr, Lizzie. Summit 7537. So, jetzt brauche ich nur noch Kunden und ein paar gute Objekte. Ah, da ist schon einer, der einen Bauernhof kaufen will. Hier, Mark Fleming. Oh, guten Tag, Dale. Warten Sie, ich werde mal nachschauen. Dale Bailey ist am Apparat. Miss Van Goddorff lässt durch Sie anfragen, wo die Baupläne von Eichengrund sind. Was mag sie damit wollen? Oh, wie sie mir sagte, glaubt Sie, dass Ihr Onkel die Millionen dort im Hause versteckt hat? Sind die Pläne hier? Irgendwo im Eichengrund. Soviel ich weiß, gibt es nur eine Stelle, wo Onkel John so etwas deponiert haben könnte. Und wo wäre das? Ich weiß, dass er es mir vor Jahren mal gesagt hat, aber ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Ich glaube ja immer noch nicht, dass er die Millionen genommen hat. Aber sobald ich die Pläne finde, gebe ich Ihnen Nachricht, Andy. Hallo, Dale. Die Baupläne müssen in Eichengrund sein. Ich komme heute Abend mal rüber, dann schauen wir zusammen nach. In Ordnung, Mark. Wir erwarten Dich. Er meint, dass die Pläne hier im Hause sein müssten. Er kommt heute Abend vorbei. Ich danke Ihnen, Dale. Dale und Judy bleiben übers Wochenende hier. Darf ich Sie bitten, zum Abendessen zu bleiben? Vielen Dank, aber das geht leider nicht. Ich habe noch einige Besuche in der Stadt zu machen. Übrigens, wenn Judys Beobachtung Victor Veli entlastet und John Fleming in Verdacht bringt, werden sehr viele auf die Idee kommen, er habe die Millionen hier im Hause versteckt. Sie dürfen mit keinem vor der Hauptverhandlung darüber sprechen, verstehen Sie? Das habe ich auch nicht vor. Sie sind ebenso klug wie... Also, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Dr. Ich hatte gehofft, die Berichte über sein erneutes Auftauchen wären pure Einbildung gewesen. Aber diese Hoffnung hat sich nicht erfüllt. Er ist wieder da. Die Serie seiner Morde geht weiter. Es gibt keinen Zweifel, wer der Mörder ist. Das Biest. Wer hat Mark gefunden? Wir alle. Das heißt Dale, Judy und ich. Lizzie war noch im Esszimmer. Das ist meine neue Wirtschaftlerin, Jane Patterson. Sie war schon bei John Fleming. Ja, ich kenne Sie. Wo waren Sie, Mrs. Patterson? In der Küche. Geschirrspülen. Die Küchin hatte heute frei. Haben Sie gewusst, dass sich dort ein Schrank befindet? Nein. Er war ja durch die Uhr verdeckt. Ich habe ihn zuerst bemerkt. Ich sah, dass die Uhr verschoben war. Dadurch sind wir drauf gekommen. Ich gehe schon. Mark Fleming. Die Todesursache ist die gleiche wie bei den anderen Opfern. Wie lange ist der Mann tot? Eine halbe Stunde etwa. Sie meinen, es war das Biest? Die Verletzung ist typisch. Vielleicht ist er noch im Hause. Das ist schon möglich. Wie kommen Sie darauf? Weil er das sucht, was auch nach Ihrer Meinung hier im Hause versteckt ist. Er schreckt von nichts zurück. Ich würde Ihnen raten, das Haus so schnell wie möglich zu verlassen. Damit will ich nichts gegen die Fähigkeiten unserer Polizei gesagt haben. Ist der Wagen bestellt? Schon unterwegs. Dann muss ich mich mit der Untersuchung beeilen. Aber das mache ich am besten woanders, wenn es geht. Ja, drüben im Wintergarten. Passen Sie mal an. Wo kommen Sie denn her? Verzeihung, Madame, aber ist jemand krank? Es wurde jemand ermordet. Mark Fleming, der junge Mann, von dem ich das Haus gemietet habe, ist getötet worden. Und wer war es? Der Kommissar meint, es war das Biest. Es tut mir leid, dass ich Sie bemühen musste, Miss Van Gorda. Ich habe den Schlüssel vergessen und auf mein Klopfen am Küchenfenster hat niemand reagiert. Das ist Warner, Herr Kommissar, mein Butler. Er war vorher Chauffeur. Warum haben Sie ihn befördert? Weil es sehr schwer ist, einen Butler zu finden. Sie gehen heute alle nicht gerne aufs Land. Waren Sie früher schon einmal Butler? Ich habe schon vieles gemacht, Herr Kommissar. Übrigens ist heute mein Feiertag und ich wollte nur meinen Schlüssel holen. Das weiß ich bereits. Wann haben Sie das Haus verlassen? So um 6.30 Uhr. Gegessen habe ich ein Willis Rasthaus. Können Sie beweisen, wo Sie die übrige Zeit waren? Ich kann es versuchen. Dann ist ja gut. Bleiben Sie im Haus. Ich rufe Sie nachher. Wie Sie wünschen, Herr Kommissar. Wenn Sie mich brauchen, Madame, ich bin in meinem Zimmer. Gut, Warner. Sie sind doch nicht etwa der Meinung... Wir haben uns schon mal getroffen. Ich weiß nur noch nicht, wo und wann. Aber ich komme drauf. Meine Beamten werden gleich eintreffen, um Fotos zu machen und Fingerabdrücke zu suchen. Aber bis Sie kommen, Mrs. Patterson, gehen Sie heute Abend nicht mehr aus dem Hause, ne? Nein, Sir. Ich brauche Sie morgen früh. Gute Nacht. Gute Nacht, Sir. Gute Nacht, Miss Van Gorda. Dale. Ich war heute Nachmittag zufällig bei Mark Fleming, als Sie wegen der Baupläne anriefen. Er sagte, er käme heute Abend hierher. Dale hat in meinem Auftrag angerufen. Sie hat mir gesagt, er würde kommen. Wer war dabei, als Sie das sagte? Judy. Lizzie. Und der nette Dr. Wells. Dr. Wells? Es gibt wenig Mörder aus Veranlagung. Das Biest muss meiner Ansicht nach ein ganz bestimmtes Ziel verfolgen. Er ist kein Triebmörder. Er mordet aus purer Gewinnsucht. Er will die verschwundene Million haben und dafür ermordet er bedenkenlos jeden, der sich ihm in den Weg stellt. Sagen Sie, Miss Van Gorda, bleiben die jungen Damen heute Nacht hier? Ja, übers Wochenende. Wenn meine Beamten kommen, haben wir hier eine Weile zu tun. Deshalb schlage ich Ihnen vor... Dass wir auf unsere Zimmer gehen, das ist eine gute Idee. Kommt. Bekommen wir polizeilichen Schutz für den Rest der Nacht, Kommissar? Den haben Sie bereits. Ich durchsuche das Haus vom Keller bis zum Boden. Wenn der Kerl heute Nacht wiederkommt, dann erlebt er sein blaues Wunder. Wer... Wer kann es sein? Haben Sie einen Verdacht? Ja, Madame. Aber Verdachtsmomente allein genügen nicht. Wir müssen unbedingt handfeste Beweise haben. Ich glaube, der Teper ist kein Gewohnheitsverbrecher. Vielleicht ist der Kaufmann, Mediziner oder Rechtsanwalt. Jemand, den wir alle kennen. Meine Damen, bitte bleiben Sie auf Ihrem Zimmer. Ich verspreche Ihnen, dort werden Sie sicher sein. Gute Nacht. Gute Nacht. Was sind das für Schläge? Ich weiß es nicht. Ich war schon halb eingeschlafen. Einen Moment lang habe ich geglaubt, dass ich träume. Ich höre es schon eine ganze Weile. Das Geräusch kommt von oben. Es hört sich an, als ob es aus einem Zimmer über der Einfahrt käme. Sollen wir Miss Van Gorda rufen? Ach, Sie wird das Geräusch schon längst gehört haben. Es ist ja nicht zu überhören. Außerdem möchte ich nicht, dass Sie uns für ein paar hysterische Weiber hält. Ich bin nicht mehr weit davon entfernt. Mir langt es für heute Nacht. Dale, geh bitte nicht nach draußen. Ich will wissen, was da oben vorgeht. Kommissar Anderson hat gesagt, wenn wir in unserem Zimmer blieben, wären wir sicher. Herr Victor sitzt im Gefängnis, vergiss das nicht. Ja, aber... Ich bin ganz sicher, die Million ist in diesem Hause. Mark Fleming muss das gewusst haben. Wer weiß, vielleicht weiß jemand anders auch davon. Ach, du meine Güte, wie kann man nur so fest schlafen? Hey, Lizzie, wachen Sie doch auf. Hören Sie denn das nicht? Unser Haustelefon und der andere Apparat funktionieren nicht mehr. Wir sind hilflos, vollkommen abgeschnitten. Wo ist denn der Polizeikommissar? Ach, das weiß ich auch nicht. Vielleicht lebt er schon lange nicht mehr. Vorwärts stehen Sie auf. Odile, bitte geh nicht da oben hin. Ich gehe auf jeden Fall. Das bin ich Victor schuldig. Du wartest hier. Das kommt gar nicht in Frage. Wenn du raufgehst, gehe ich mit. Ich sah ihn noch die Treppe runterlaufen, als ich aus dem Zimmer kam. Ich habe den Haken nach ihm geworfen. Und ich glaube, ich habe ihn am Kopf getroffen. Ich werde das Haus vom Keller bis zum Boden durchsuchen, haben Sie gesagt. Wo waren Sie denn, als das arme Kind ermordet wurde, Herr Kommissar? Ich hatte vom Fenster aus jemanden gesehen. Und bin raus und hinter ihm her. Er floh sofort ins Gebüsch, als er mich sah. Und ich bin ihm eine ganze Weile gefolgt. Bis runter zur Hauptstraße. Und dann war er weg. Ach. Es wäre mir lieber gewesen, er hätte mich erwischt und nicht die arme Judy. Ich hatte Sie doch so dringend gebeten. Bleiben Sie nur ja auf Ihren Zimmern. Warum ist Judy denn trotzdem rausgegangen? Das war meine Schuld. Sie hatte ein Geräusch im Hause gehört. Es kam aus der zweiten Etage. Wir haben es alle gehört. Und ich wollte nachsehen, was es war. Judy wollte mich nicht allein raufbekommen. Gehen lassen. Und da bat ich Sie, auf der Treppe aufzupassen. Sie, nicht weit. Wo ist Ihr neuer Butler? Ich weiß es nicht. In seinem Zimmer nehme ich an. Ach, Mrs. Peterson. Ja. Wussten Sie, was hier geschehen ist? Nein, Kommissar. Aber ich habe gehört, dass jemand geschrien hat. Da bin ich zu Bornau rübergegangen. Unsere Zimmer liegen nebeneinander. Aber er war nicht da. Sein Bett war unberührt. Natürlich nicht. Sonst würde er ja auch etwas gehört haben. Ich habe die Schreie auch gehört. Interessant. Und wo waren Sie? Draußen, Sir. Im Garten. Miss Holländer ist ermordet worden. Nein. Ach, Sie sind überrascht. Erschrocken? Ich habe schon bessere Schauspieler gesehen. Ich weiß jetzt, wer Sie sind. Ihr Name ist nicht Bornau. Ich habe ein Rundschreiben in meinem Büro. Mit Ihrem Steckbrief. Sie werden von der Polizei in Chicago wegen eines Raubüberfalles gesucht. Das ist richtig, Sir. Aber ich habe wegen dieser Sache bereits vor Gericht gestanden und meine Unschuld bewiesen. So, da haben Sie aber Glück gehabt. Wo waren Sie, als Judy getötet wurde? Draußen. Das habe ich doch schon gesagt. Was haben Sie da gemacht? Ich sah, wie Sie das Haus verließen. Da bin ich hinter Ihnen hergegangen, weil ich glaubte, Sie verfolgen jemand und brauchen vielleicht Hilfe. Ach. Ich bin die ganze Zeit dem Litsch an Ihrer Taschenlampe gefolgt. Und dann machten Sie sie aus. Als ich da stand und eine Weile in die Dunkelheit starrte und torchte, traf mich plötzlich etwas Schweres am Hinterkopf. Erst als ich wieder zu mir kam, da wurde mir klar, dass mich jemand niedergeschlagen hatte. Ich wünschte, es wäre so, wie Sie sagen. Dann hätten wir Sie mit Ihrer Maske draußen im Garten gefunden. Nicht im Garten. Hier im Hause sind Sie von diesem Feuerhacken auf den Kopf getroffen worden, als Sie die Treppe ausliefen. Nein, nein, Sir. Da irren Sie sich aber gewaltig. Ich bin nicht das Biest. Ich habe nie getötet. Ich könnte es gar nicht. Ihr Verdacht ist unbegründet. Ja, Doktor. Wieder ein Opfer, das Sie untersuchen können. Sie sehen, das Biest war wieder da. Warum sind Sie eigentlich zurückgekommen, Doktor? Weil ich ein Autounfahr hatte. Ungefähr eine Meile von hier entfernt. Mein rechtes Vorderrad muss Luft verloren haben und da bin ich ins Schleudern geraten. Und weil hier das nächste Haus war und ich hier kein Unbekannter bin, außerdem habe ich gehofft, Sie würden nach hier sein. Was ist denn das, Doktor? Das ist doch Blut. Irgendwas muss Sie am Hinterkopf getroffen haben. Ich sagte doch, ich hatte einen Unfall. Ja, das stimmt. Das haben Sie gesagt. Ich kann mich irren. Aber ich bin nicht sicher. Wir werden sehen. Auch wenn du mir eine Million Dollar vor der Nase wegschnappen willst, ich weiß, wo sie ist. Wenn du tot bist und den Zettel mit deiner eigenen Schrift in der Hand hast, bin ich reich, ohne dass der geringste Verdacht auf mich fällt. Und hat sich selbst getötet. Du hast sehr gute Vorarbeit gelastet. Ich werde mich erkendlich zeigen. Dieses Serum kuriert jeden, ob er tollwürdig ist oder nicht. Mr. Davenport! Mr. Davenport! Und so was nennen Sie Pflichterfüllung. Die Tür ist offen, die Sicherheitskette ab und Sie sitzen im Sessel daneben und schlafen. Wenn Kommissar Anderson das erfährt, können Sie was erleben. Na los doch, wachen Sie auf. Was haben Sie denn nur? Ach, ich weiß auch nicht, was mit mir ist. Mein Schädel. Ich weiß nicht, ich bin wie betäubt. Hier, nehmen Sie einen Schluck Wasser und versuchen Sie wach zu werden. Ich komme sofort zurück. Hallo! Machen Sie auf! Ich bin's! Lizzie! Helfen Sie mir, Mrs. Patterson. Ich kann Miss Van Gordon nirgends finden. Außerdem muss mit dem Detektiv irgendwas passiert sein. Sagen Sie Warren, er möchte sofort runterkommen, um uns zu helfen. Geht's Ihnen jetzt besser? Ja, allmählich geht's wieder. Jetzt fällt mir was ein. Ich habe einen Schluck Rotwein aus der Karaffe getrunken. Miss Van Gordon war so freundlich gewesen und... Sie hat bestimmt nichts hineingetan. Es muss einer gewesen sein, der wusste, dass ich heute hier Wache habe. Dann war es derselbe Kerl, der Miss Van Gordon entführt hat. Ich habe schon das ganze Haus abgesucht, aber ich kann sie nirgendwo finden. Verstehen Sie das? Jetzt soll Bräune mal im Garten nachsehen. Da muss ich erst Kommissar Anderson fragen. Hallo? Hier, Devenport, Haus Eichengrund. Bitte den Kommissar. Irgendwer hat versucht, mich zu betäuben. Ja. Ja, ich war eine Weile ohne Besinnung und in der Zeit ist Miss Van Gordon verschwunden. Ja. Frag lieber Anderson, sonst kriegen wir Ärger. Er ist nicht zu Hause? Wo ist er denn? Was sagst du da, wer? Dr. Welts? Weißt du nichts Näheres? Schnell doch, beeilen Sie sich bitte. Ich sterbe vor Angst um Miss Cornelia. Okay. Kommissar Anderson ist dienstlich unterwegs. Dr. Welts ist vorhin in seinem Laboratorium ermordet worden. Dr. Welts? Irgendwas stimmt nicht mit Dr. Welts. Mein Kollege durfte nicht drüber reden. Miss Lissi, Warner ist nicht in seinem Zimmer. Ich kann ihn nirgendwo finden. Und den sollte ich besonders im Auge behalten. Wo ist Miss Van Gordon? Wir müssen sie sofort suchen, Inspektor. Moment. Haben Sie nicht gesagt, dass die Haustür vorhin unverschlossen war? Ja, und die Kette war auch ab. Vielleicht ist Miss Van Gordon hinausgegangen. Das würde sie niemals tun. Sie muss im Hause sein. Hilfe. Ich kann nicht mehr atmen. Ich gebe keine Luft. Miss Cornelia. Miss Van Gordon. Miss Cornelia. Miss Con... Mr. Golda. Nanu, da oben brennt ja Licht. Sind Sie da oben gewesen? Ja, ich war oben, aber ich habe das Licht ausgemacht, als ich runterkam. Dann muss es Miss Corny angemacht haben. Jetzt wissen wir, wo wir suchen müssen. Los, kommt. Ist das wundervoll, wenn man ohne Anstrengung atmen kann. Niemand weiß, wie gut die Luft schmecken kann, bevor er sowas mitgemacht hat. Dieser Raum ist luftdicht abgeschlossen, als die schwere Tür hinter mir zu viel war, als ob die ganze Luft abgesaugt würde. Da, sie schlägt wieder zu. Lassen Sie nur, ich kann sie von hier aus wieder öffnen. Hier ist ein zweiter Schalter unter dem Bauplan. Der Motor befindet sich unter dem Fußboden. Wenn die Tür ganz offen ist, dann bleibt sie auch offen. Ich glaube, der Kamin vom anderen Zimmer lässt sich ebenso öffnen. Sehen Sie? Danach habe ich gesucht, aber ich konnte es nicht finden. Das Versteck ist raffiniert. Ja, wirklich. Eben, weil es so einfach ist. Ja. Den Panzerschrank können wir allerdings nicht öffnen. Dazu brauchen wir einen Experten oder eine Ladung Nitro. Vielleicht war es das, wonach das Biest gesucht hat, Inspektor. Das ist möglich, aber es scheint, er hat es aufgegeben. Miss Van Gorder, ihr Warner ist verschwunden. Was? Und Dr. Wells ist ermordet worden. Dr. Wells? Ja, in seinem Labor. Kommissar Anderson ist bereits dort. Ja, es war Anderson. Er war hinter das Geheimnis des Kaminzimmers gekommen und wartete nur darauf, den Safe öffnen zu können. Wir haben das Geld gefunden. Über eine Million in Zehnern, Zwanzigern und Hundertern. Der gute alte Andy. Er hatte das ganze geraubte Geld in Bankpapieren angelegt. Eine raffinierte Methode, geraubtes Geld zu verbergen. ganz offen vor alle Augen und wie angesehen er war. Aber versuchen Sie es nicht. Auch wenn Sie es noch so raffiniert anfangen, Mord lässt sich nicht verbergen. So, das wär's, Dale. Das ist das Ende. 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 Vielen Dank.